Herzlich willkommen zum neuen Format Hand der Woche. In diesem Format geht es darum, jede Woche eine Hand rauszupicken, die ihr in meinem Discord-Channel gepostet habt und mit allen Tools, die mir zur Verfügung stehen, zu analysieren. Damit will ich einerseits euch zum Study-Machen motivieren, aber vor allem auch mich selbst. In diesem Sinne, viel Spaß mit der ersten Hand. So, kommen wir zur ersten Hand und zwar geht es um die Hand von unserem Community-Mitglied Molar. Er hat geschrieben, er saß drei Plätze vorm Geld und war sich eben nicht sicher, ob er die Hand richtig gespielt hat. Wir haben die Hand zusammen schon im Discord analysiert, aber ich fand sie so interessant, dass ich sie hier gerne nochmal als YouTube-Video für euch etwas allgemeiner analysieren würde. Was ist denn an der Hand generell erstmal interessant? Und zwar, wir sind an der Bubble, das heißt, wir haben ein ICM-Szenario. Wir können uns jetzt nicht auf Chip-EV-Solver-Ranges verlassen. Wir werden es uns trotzdem gleich kurz anschauen, aber das ist halt so weit abweichend, da die Ranges sich in ICM-Szenarien verändern, dass das halt relativ unbrauchbar ist. Ich will auch die Spots jetzt nicht irgendwie mit HC solven. Das wird vielleicht manchmal kommen, wenn es wirklich notwendig ist, oder irgendwie einen Peer-Solver verwenden. Da ich auch noch Diskussionsspielraum übrig lassen möchte, aber ich denke, wir gehen jetzt einfach mal rein. Und zwar, der Small Blind hat geraced. Generell hier in der Situation an der Bubble ist zu beachten, dass man als kleiner Stack auf jeden Fall, oder gerade als mittlerer Stack, extrem aufpassen muss, weil man will hier natürlich auf keinen Fall rausfliegen, bevor die kleinen Stacks rausgeflogen sind. Also man will auf jeden Fall jetzt Geld. Das macht dann die Ranges super, super tight, wenn man von anderen Spielern gecovered wird. Das bedeutet in dem Szenario, er sollte hier so gut wie, also gar nichts, bis praktisch gar nichts, eigentlich hin und in den Mola reinrasen, da er ihn eben als einziger am Tisch noch covered hat in dem Szenario. Er natürlich auch, aber der ist natürlich nicht mehr dabei. Und das macht aber generell, oder gibt schon generell den ersten Eindruck, und zwar, dass er wahrscheinlich eine sehr, sehr starke Range hat, weil klar, es gibt hier Freizeitspieler, wir sehen hier auch, das ist ein, das ist das 4,40 Dollar Turnier, also sehr niedriges Limit, viele Freizeitspieler, aber selbst die verstehen, okay, wir sind bald im Geld, ich muss hier vorsichtig sein, ich will nicht rausfliegen, und ich sollte wahrscheinlich in den größeren Stack nicht irgendwie zu crazy gehen. So, Mola hat hier einen ganz klaren Call, ich habe das auch mal hier eingegeben, das unterstützt auch der Solver, wir sehen hier das Small Blind Race, 30 Big Blinds Effective, der Solver callt hier 6,9 suited in allen Farben, und das ist das Board, was entstanden ist, und wir schauen uns mal an, was laut GTA Wizard hier die Solver-Strategie war. Das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, weil aber wir müssen uns auch Preflip-Resolver-Strategie angucken, und das ist zum Beispiel schon halt an der Bubble total unrealistisch, dass das geraced wird, weil das sollte viel, viel tighter sein, und ich weiß, ich bin mir gar nicht so sicher, wenn man den Spots jetzt wirklich exakt an der Bubble solven würde, es kann sogar sein, dass der Small Blind hier praktisch 100% limpt, auf jeden Fall wird das nicht so viel an Races sein, da bin ich mir relativ sicher. Wie gesagt, wenn ihr mir widersprecht, aber bitte konstruktiv gerne in die Kommentare, ich lerne auch gerne was dazu. Genau deswegen machen wir das hier nämlich. Gut, Small Blind Strategy ist dann in dem Fall natürlich auch direkt eine verfälschte Range, weil wir viel zu viel geraced haben, deswegen wird hier im Solver das Board nicht so gut gehittet, und der Solver sollte zum Beispiel viel checken, aber in der Realität, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir raisen nur die besten Hände hier eigentlich, weil wir super tight sein müssen, dann ist das genau unser Board, also für den Small Blind, das heißt, das trifft seine Range sehr, sehr stark. Mola hat natürlich einen Flush Draw gefloppt in Position, und wir schauen mal, wie die Hand weitergeht, Small Blind bettet klein, wir gehen natürlich nirgendwo hin mit unserem Flush Draw, und er wird wahrscheinlich den kompletten Teil, den er da raced, auch erstmal klein betten, wobei er natürlich auch so Board mit Ace, Queen, Ace, Jack, und vielleicht sogar auch Ace, King, einfach seine Top Range halt auch große Betts hinmachen würden, einfach um 4 Flush Draws zu protecten, und Queen, Jack of Spades, also Gut Shots mit Backdoor Flush Draw und solche Hände. Wir callen natürlich, und am Turn picken wir noch einen kleinen Gutschot auf, mit der 7 zur Straße, nicht wirklich wertvoll, aber trotzdem interessant, und wir schauen, was das Small Blind hier gemacht hat, er feuert weiter. So, jetzt kommen wir an den Punkt, wo die Hand sehr interessant wird, weil ich auch weiß, wie es ausgegangen ist, und zwar hat sich Mola hier für den Jam entschieden. Und wenn wir jetzt eigentlich die ganzen Argumente nehmen, die hier schon gebracht wurden, und wir haben auch im Discord-Channel die Hand schon sehr ausführlich diskutiert, und es war sehr, sehr interessant. Verschiedene Leute haben sich eingemischt und gute Meinungen eingebracht. Hier an der Stelle auch nochmal kleiner Anreiz, postet da gerne eure Hände. Ihr lernt wirklich selbst viel dazu, und gebt auch anderen die Möglichkeit, viel dazu zu lernen. Deswegen hier nochmal kurze Animation. Genau, aber wenn wir jetzt betrachten, das ist ein Board, was ihn extrem gut trifft, dann ist wahrscheinlich Jam hier das schlechteste Play, weil er im Endeffekt, er kann eigentlich in Position einfach nur callen und gucken, ob der Flasch ankommt, und dann im Endeffekt wird er meistens den River auch jammen, und er wird immer alles bekommen mit dem Flasch, oder, und das ist auch eine Option, die dann eingeworfen würde, die ich definitiv auch nicht schlecht finde, wenn wir jetzt wirklich sagen, dass er hier praktisch nur Top Range hat, und eigentlich keinen Bluff. So, ich weiß nicht, schreibt es mal in die Kommentare, vielleicht fallen euch hier Bluffs ein, die er haben kann. Achtet drauf, dass die Bluffs auch Sinn machen, weil zum Beispiel Queen 10, Pocket Jacks, Pocket Queens, Queen Jack wurden dann, äh, nee, ähm, Queen 10, Jack 10, das sind Hände, die genannt wurden als Bluff, aber die sollte er 100% checken, dann spätestens am Turn, weil er einfach genug Equity hat, und niemals Calls von Schlechteren bekommt, sondern sich immer Value owned, deswegen, es macht überhaupt keinen Sinn hier, Jacks, Queens, Jack 10, Queen 10, jetzt in den Bluff zu verwandeln, und ich denke, ja, in Chippie-V-Szenarien vielleicht manchmal, ähm, aber in, in ICM-Szenarien auf jeden Fall noch mal einen Ticken weniger, ähm, weil er hier immer jedes Ace, und wahrscheinlich jeden King callen wird, und jeden Flush-Draw, und jeden Backdoor-Flush-Draw, und wir haben ja auch Straights im Big Blind, deswegen, ähm, ja, wir haben auch Two-Pair mit King 8, King 10, Ass 8 und so, ähm, genau, deswegen, ähm, ich denke, die beiden Optionen, die hier definitiv Sinn machen, sind zu callen, wenn wir wissen, okay, wenn der Flush kommt, kriegen wir immer den Rest von ihm, die 27.000, oder sogar einfach zu folden, wenn wir wissen, er hat nie Bluffs, wir sind am Turn, es kommt nur noch eine Karte, es sind nicht viele Outs, 9 Outs auf den Flush, und dann vielleicht 4 noch auf die Straße, beziehungsweise eine Straßenkarte blockt den Flush, deswegen haben wir 12 Outs am Ende, mal 2, ähm, ja, die Equity reicht zumindest bei dem, was in der Mitte liegt, dann auf jeden Fall nicht aus, es kommt natürlich hier in dem Spot auch daneben drauf an, ob wir den Rest seiner Chips als sogenannte Implight Odds dazurechnen, und dadurch dann die richtigen Potts bekommen, aber das ist natürlich immer die Frage, wir wissen nicht, ob er den River zum Beispiel dann auch einfach checkfoldet, auf eine Herzkarte oder so, und wie viele Bluffs er hier eben wirklich hat. So, das war die erste Hand, sehr, sehr interessant, ich hoffe, ihr konntet was lernen, also in dem Fall, solche Spots, nicht overplayen, weil das ist definitiv geoverplayed, wenn er so gut wie keine Bluffs hat, wir geben ihm praktisch nochmal extra Geld, weil er fast nie folden wird, es ist natürlich wieder ergebnisorientiert, er hat es funktioniert, und man denkt sich, hä, er hat doch gefoldet, er hat ja wohl Bluffs, ich frage mich aber wirklich sehr, was er hier gefoldet hat, vielleicht hat er einen Ass, ein schlechtes gebettet, und dann gemerkt, scheiße, er hätte das nicht betten sollen, er foldet es jetzt doch oder so, auf jeden Fall, sehr interessante Hand, genau, aber nicht ergebnisorientiert denken, nicht beirren lassen, sondern auch wirklich nochmal durchdenken, ob das wirklich Sinn macht, und dann nächstes Mal, die bessere Entscheidung treffen zu können, nämlich, Call oder Fold in dem Szenario. Falls ihr auch mal eine Hand von euch, analysiert haben möchtet, weil ihr nicht genau wusstet, was da vielleicht das richtige Play gewesen wäre, dann findet ihr den Discord Channel, unten in der Videobeschreibung, und falls ihr auch mit dieser Hand nicht so ganz übereinstimmt, oder gerne einfach weiter diskutieren würdet, könnt ihr das natürlich unten in der Kommentarbox machen, oder auch im Discord. In diesem Sinne, bis zur nächsten Hand.